Der Spurhalterassistent erfasst Fahrbahnmarkierungen mittels einer Kamera und kann diese mit der Position des Fahrzeugs in der Spur vergleichen. Droht das Fahrzeug diese Spur unbeabsichtigt zu verlassen? Er tönt ein Warnsignal und in der Instrumententafel wechselt die Farbe des Piktogramms von grün zu rot. Das System ist aktiv ab 70 km pro Stunde und erkannten Fahrbahnmarkierungen. Der Spurhalterassistent wird über das Multifunktionsdisplay aktiviert.